Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Diss All Night 2. Ja, wir wechseln gleich wieder die Zeit. Hinter uns schnarchen sie alle. Eine ganze Meute, eine ganze Meute am Schnarchen und ich weiß nicht, wie ich den Hampelmann hier fügen soll. Ich würde es einfach mal so... Ich habe keine Ahnung. Ich kann ihn echt nur umbringen. Hm, ich habe eine Idee. Ja, machen wir mal kaputt, ne? Wo ist der Blutstein? Da war, glaube ich, ein Tizer. Ein Blutstein. Aha, da werde ich wahrscheinlich durchtauchen dürfen. Und dann werde ich hier wahrscheinlich etwas finden. Denke ich mal. Da machen wir doch, oder? Wie, und? Äh, hä? Ach, äh. Hm, 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 hm. Äh, hm. Kann ich hier raus? Scheinbar kann man dieses Gerät nicht einsetzen, wenn man im Wasser ist, was wieder einleuchtend ist, ne? Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Ah, die Kurbel. Ach so. Ich verstehe schon. Ich verstehe. So, langsam. Ja, ja, schon gut. Atme. Wo ist jetzt der Hampelmann? Der ist da unten. Wie schön. Was für ein Glück. So. Und? Würgen. Sehr gut. Passt. Sehr gut. Jetzt können wir uns da mit Ruhe das hier holen tun. Na? Ach so, das geht einfach so. Oh, äh. Ich meine, ich wusste das. Natürlich habe ich das gewusst. Hü, hüpf. Ich will da raus. Bitte? Das habe ich jetzt getrunken, ich Idiot. Äh, hüpf doch mal. Geht's jetzt? Was? Manchmal, ne? So, wo bist du jetzt, du Kurbel? Kurbel? Da. So. Und? Schwierig. 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 Vielleicht lässt dich das umgehen in drei Jahren. Mhm. Wo habe ich jetzt die Kurbel? Wo ist jetzt die Kurbel hin? Da liegt sie, ne? Toll gemacht. Man muss wirklich auf irgendwas draufstehen, damit das klappt. Kann ich denn nicht hier auf irgendwas draufstehen? Auf dem Kasten hier zum Beispiel? Ja! Na bitte, geht doch. Und jetzt müsste ich hier eigentlich, wo ist jetzt die Kurbel schon wieder hin? Das ist echt nicht der Ernst jetzt, oder? Ach, leck ich mich doch am allerwertesten. Echt wirklich, das kann ich gar nicht anders sagen. Ich leck mich am allerwertesten. Das ist wieder typisch. Jetzt ist das Ding wieder weg. Ist das Sparky, oder was? Schau mal! Das ist weg! Das ist doch verarscht, ist das mir nicht? Hallo? Aha! Aha! Okay, jetzt... Aha! Ja, natürlich. Natürlich. Ich glaube, ich träume. Ich glaube, ich träume. Jetzt ist es aber nicht da. F gedrückt halten. Aha, jetzt nimmt es doch. Aha! Klar! Da haben wir unser Rühnchen. So! Okay. Das war's dann hier. Okay. Das war's. Ja. Können wir halt zum... Innenhof... ... ... ... ... ... ... ... ... Wo ist das jetzt eigentlich? Weiter oben? Das ist schon weiter oben, ne? Quasi mit dem Lift drauf, oder wie? Auf dem Lift drauf! Joa, wie komme ich denn da rauf? Geht das? Hier kannst du dich wahrscheinlich nicht mehr so gut festhalten, ne? Haha! Super gut verbringst du. Also... Ja, eigentlich auf das wollte ich hinaus. Ich höre das Teil, zumindest. Jetzt ist es ein bisserl unter uns, ne? Jetzt müsste ich da fast... Hm. Hm. Ähm. Ähm. Hm. Ach so, ich bin doof. Liegt ihr da vor meiner Nase? Meine Güte. Tja. Entschuldigung. Wo falle ich jetzt? Ganz runter. Okay. Kann ich das wieder aufmachen? Ja. Okay. Aha. Aha. Mhm. Okay. So. Nein, du siehst nichts, du hörst nichts, weil du doof bist. So. Da waren wir schon, ne? Da gibst du dieses Kabelwerkzeug, was mir nichts bringt. Richtig. So. Ich wollte eigentlich nur zum Hinterhof mal hin, ne? Eigentlich. Warte mal. Ich habe mir da so ein paar Notizen gemacht, aber vom Hinterhof habe ich natürlich nichts aufgeschrieben. Ich bin voll Idiot. Ich bin voll Idiot. Boah. Das spielt sich gerade super an. Was? Nein! Die falsche Taste erwischt. Ich verstecke mich mal. Ich bin so dämlich. Die falsche... Fuh, 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 fuh. Fuh, 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 fuh. Voll die falsche Taste erwischt. Na toll. Was rennt da unten rum? Ah, das ist dieser Wächter, ne? Von diesen... Blutfliegen. Alter! Wieder runtergefallen. Super. Nochmal von vorn. Getreckverfluchter. Entschuldigung. Aber ist ja wahr. War was zu essen. So ein Mist. Ich muss jetzt echt mal schauen, dass ich aus dem Lift rauskomme. Dann geht's schon besser. Nein, nicht jetzt. Zu früh. Viel zu früh. Ach, ich könnte... Ich werde jetzt dann gleich Mäuse melken anfangen. Mann, ey. Ich vollidiot. Der nervöse Finger. Es ist immer der nervöse Finger schuld. Immer. Merkt euch das. Immer. Ach Gott. Immer der nervöse Finger. Wie schade. Wie scheißlich. Echt. Hallo? Das gibt's ja nicht. Wer ruft hier? Hallo? 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 Jetzt dann. Wow. Na. Na. Boah mit einem Schlag? Hallo? Hallo! Du Arschloch. Entschuldigung für die Kraftausdrücke, weil sie war. Du Mistkerl, echt? Och, Menno, ich war ja noch halb voll, oder? Wo bin ich jetzt hier? Was mache ich hier? Aha, okay, das geht so weit. So gut, alles klar. Gut. Habe ich eigentlich... Achso, stimmt ja, genau. Das Elend mit dem Lift. Genau, Knochendings, Lift. Warte, da. Warte, hier. Achso, ist noch gar nicht da, der Lift. War klar. Ja, komm. So. Da hin. Scheiße, ich bin wenigstens das, ne? Das muss ich speichern dann. Alter, der Lift, ne? So, jetzt wechseln. Dann nochmal wechseln, oder? Na, falsch. Einmal zu viel gewechselt. Ach, ich kann's doch nicht. Vergess, was ich gesagt hab. Ich kann doch nix. Wie immer. Einmal wechseln, dann aufheben, dann nochmal wechseln und nochmal hoch. So was. Genau. Einmal hoch. Mann, ich bin so dämlich. So, hoch. Wechseln. Knochenartefakt holen. Nochmal wechseln. Luke öffnen. Zack. Äh, holen, also rufen. Und speichern. So. Dreck, verdammter. Boah, heute läuft's denn so gut. Ich bin wieder so ungeschickt wie immer. Fürchterlich. So. Ach ja. Na, kommst runter. Geht ja. Braver Lift. So, jetzt sind wir da um die Leute ausschalten. Wenn möglich. Was hat er denn für Probleme? Der Sacklbicker. So, ich versteck mich mal. Wo ist der eigentlich hin? Beziehungsweise, wo ist der Wächter? Da drüben rennt er. So. Den haben wir schon mal. Das ist famos. Ich hab auch keine Ahnung, ob's noch einen zweiten gegeben hätte. Oh, der schnarcht mal. Ah. Oh, look. Wow, drei Blutsteinchens. Weg mit dir, du Mistviech. Sehr schön. Gibt's hier noch so Nestwächter? Ich glaub, da war nur einer. Scheint sich um eine Art Zentrum zu drehen. Ja. Münzen. Die Feige ist vergammelt. Ist logisch. Was sonst? Ich brauch die Kombination zur Stiltens Arbeitszimmer. Ah. Da war das. Okay. Jo. Da gehen wir gleich rein. Zuvor machen wir noch den Blutfliegenschwamm hier fertig. Und holen vielleicht noch das eine oder andere Blutsteinchen für uns. Na, komm. Schnipp, schnapp, schnapp. So, ist jetzt Ruhe? Geht ja. Tatsächlich, da ist noch so einer. Du Kerl. Ah. Eh, nass. Du hast ja vollkommen recht. Letzter. Okay, das haut nicht so hin, wie ich möchte. Das, was ich hier mache, ist auch nicht so schlau. Äh, 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 äh. Mhm. Da geht er. Okay. Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Halleluja, Maracuja, ne? Passt. Erledigt. Naja, schnarch du nur. War doch ein Zweifel. Ich hab's gewusst. Was haben wir denn da? Münzen. Na, die Münze hätte ich gern. Dann knie dich hin. So, Münze. Schalt aus, den Dreck. Die ist blockiert. Ist immer schön. Ist hier. Ja. Hm. Den Kerl da drüben würde ich gern ausschalten. Doch, zuerst. Wusch, stamp, baum, schack, bracka, boom. Null. Und alles kaputt. Sehr schön. Was haben wir da eigentlich? Mhm. Hm. Okay. So. Meine Lieben. Da kommt der eine. Und üben. So. Ich hab doppelt so viel drauf wie der. So. Legen wir den mal da hin. Würde ich sagen. Das sieht gut aus. Mhm. Äh. Nanu? Wo ist denn hin? Wache. Hallo? Wo ist denn der Kerl jetzt hin? Ah, da ist er. Und? Hammer schon. Oh. Und verschwind die Bus. Der lebt. Der schläft wieder. Ah, herrlich. So. Wer hat uns da jetzt gesehen? Ach, hier. Und? Gleich ist er weggewürgt. So. Ist gut. Ein Arbeiter. Oh. Was? Du wolltest hin. Verstehst du? Hört sich das an. Äh. Ja. Ich seh den einen Kerl. Das ist grad nicht. Der uns entdeckt hat. Hm. Ah, da ist er. Noch ein Arbeiter. So. Den bügen wir auch gleich weg. Sehr gut. Jetzt haben wir unsere Ruhe normalerweise. Sehr, sehr gut. Ja, ja. Da schnarchen sie, ne? Die Herrschaften. So. Was haben wir denn da? Münzen. Sehr, sehr gut. Und? Noch irgendwas? Ja, ein paar Dröhnchen, die man nicht braucht. Aber du kannst dich ausschalten. Schöne Kleidung. Hm. Ein bisschen Obst. Was ist denn das? Reisekoffer. Keine Ahnung. Eine Schreibmaschine. Was haben wir denn da? Traditionelle, sehr chronische Lieder. Ich werde es nicht vorlesen. Ich glaube, das hatten wir schon, ne? Jo. Dann. Hier sind zwar ein paar Zettel. Aber sonst ist nix von wert hier. Ein Wecker. Ja. Den brauchen wir jetzt eine Weile nimmer. Aha, die ist blockiert. Mit? Nein, ich wollte... Tja, von der anderen Seite halt einfach, ne? Von der anderen Seite. Das macht grad nix. Wie schauen wir denn hier aus? Dürfen wir hier weiter? Tatsächlich. Okay. Machen wir kurz mal zu hier. Da vorne haben wir was zum Heilen. Das nehmen wir gerne mit. Einmal Klo. Was haben wir hier drin? Nix. So. Socken. Braucht jemand Socken von euch? So. Ein paar Münzen. Nehmen wir auch gern mit. So. Jo. Da wechseln wir doch mal, oder? Vielleicht finden wir hier noch was Tolles. Ja, ein paar Münzen. Schau mal an. Schau mal da. Dann hier und so. Das sind das getrocknete Ast-Echse. Mahlzeit. So. Und hier nochmal eine Pistole. Okay. Joa, das war's. Sonst ist da nix. Ernsthaft? Tote Hose. Ich glaub, davon hab ich einen Blutstein liegen lassen. Look, look. Hm. Da haben wir noch eine Münze. Ah, da haben wir einen Hund. Okay. Den können wir eventuell umhauen. Den kann man ja nicht würgen. Den muss man leider, ne, und so um die Ecke bringen. Wie schauen wir hier noch aus? Da haben wir noch eine Münze. Aha. Aha. Okay. Kommt sie raus? Ja. Sie kommen raus. Okay. Ja, teilt euch ein bisschen auf. Das wär mir ganz recht. Kommt, dreh dich noch mal rum. So, jetzt haben wir den erstes. Was ist? Unbequem. Ja. Wo tut man denn hin? Ich würd sagen, da dazu. Hä? Aha. Okay, da kann ich mich durchs Fenster sehen. Okay. Oh, nicht schlecht. Mal kurz verschwinden. So. Und die nächste. Zwei Parts lang nur herumwürgen. Mit die Schlaf. Es schaut so lustig aus. Ich kann mir nicht helfen. So. Was haben wir da? Okay. Die kann man nicht würgen. So, was haben wir hier? Verstehen Sie doch. Ich rufe um Hilfe, wenn Sie nicht gehen. Ah, stell den jetzt an. Ah, da sind wir. Ich weiß schon wieder. Ich weiß schon wieder. Alles klärchen. Okay. Ach, je je, Mini. So. Da. Ich kann rein gar nichts für Sie tun. Gehen Sie weg. Ich weiß. Ja, ja. Ich bin schon fort. Jetzt habe ich gedacht. Warte, hier. Wo kommen wir da rein? Warte kurz. War ich hier noch gar nicht? Äh, was? Ich habe das voll übersehen. Doch, doch. Wir waren schon hier. Alles gut. Alles gut. So. Wir müssen da lang. Du liebe Zeit. Ach, du liebe Zeit. Ich könnte auch mal die Mann... Oh, das war jetzt nicht so schlau. Dass der wach ist, habe ich jetzt da nicht so und so, ne? Oh mein Gott. Das sind zwei. Langsam. Nur nicht stressen lassen. Schön gemütlich. Ja, okay. Nochmal, nochmal. Hallo. Mach weg. Das war jetzt gemein. Dreht sich der Mistkill genau jetzt um, ne? Boah, ist das scheiße. Ich dachte, ich erwische ihn noch, ne? Boah. Hä, wo ist der Zweite? Ah, da. Warte. Noch ein Stück. Jetzt. Da. Ich bin schon weg. Ich bin wie ein Geist. Ich bin irgendwie voll lustig. Und der Nächste. Ah, der ist auch weg. So, und da war noch einer, ne? Wo ist der hin? Da. Oh Gott, wie mache ich das denn jetzt? Äh, was bist denn du? Ein Krokodil? Na ja, okay. So ist in der Art. Und haben wir ihn schon. Sehr gut. Jetzt müssen wir eigentlich langsam mal Ruhe haben. Was haben wir eigentlich da unten? Aktiviert Alarmglocke. Mhm. Mhm. Da haben wir was Tolles. Schau mal. Oh, ich muss den Part beenden. Ah, wir sind voll. Dann. Ähm. Ah, das war's falsche. Entschuldigung. Entschuldigung. Der falsche Knopf. Äh, so. Oh. Äh. Das war nicht schlau. Das war nicht schlau. So. Na gut. Da wir hier eigentlich am sichersten sind, werden wir hier den Part beenden. Na gut, ihr Lieben. Im nächsten Part werden wir weiter würgen. Und versuchen, den Hinterhof zu finden. Ich denke mal, das wird dann hier drüben einfach sein. Wir würgen jetzt noch diese Leute hier weg. Und dann passt das schon. Dann können wir uns eigentlich schon recht frei bewegen, hoffe ich mal. Na gut, ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.